Normalerweise ja, also normalerweise sterbe ich nie da drinnen. Kennst du den Versuch? Ich bin gestorben, aus dem Auto. Ach ja, stimmt, stimmt, mir fällt gerade ein. Ach du jetzt fahren? Was passiert mal? Jungs, ist das Auto nicht schusssicher? Es ist sicher, normalerweise... Was ist hier los? Oh man, das war jetzt krass, Alter.